hallo ist der martin von meinem anki ist das die dachsanlösung für nun freitag den 19 januar 2024 und unseren dachs hat jetzt von der rutsche ins flugzeug gesetzt mich begeistert sie sich aus aber muss halt dort ja wir mussten uns das jetzt auch zwei tage antun hier mit dem rumgeschieber jetzt muss er auch mal die zähne zusammen bei sind wir halt hier hochgeprügelt ob er will oder nicht das ist dann so bestätigt letztendlich nach wie vor weiterhin diese muster bezeichnung also generell dieses korrektive abgleiten wird jetzt durch diesen starken rücklauf wieder ein bisschen mehr ins in die in die bullige note reingedrückt ich denke der donnerstag dürfte für die meisten jetzt ein bisschen besser zu handhaben gewesen sein wie die letzten tage insbesondere auch weil wir klar von beginn an über der 40 waren ja auch mit der 480 fand ich im umgang fair ja also selbst wenn man dort vielleicht kleinere zeiteinheiten kerzen für short genutzt hat konnte man es klar abgrenzen engen stopp setzen und sich dann vielleicht auch sogar drehen darüber in dem moment wo er dann über die 480 drüber gegangen ist und dann waren ja hier ziele bei was man gesagt 530 560 das hat er erreicht ist hier mal dran rumgeschrubbelt hat sich ja bestimmt zwei vier sechs stunden dran aufgehalten und dann hinten raus hochgedrückt damit ist jetzt nur noch offen hier das gab und die 700 so dass wir zum freitag sagen können ziele bei 6 30 700 sind noch erreichbar mehr müsste erstmal noch gar nicht sein würde hier auch wenn sie auch wenn es jetzt eigentlich nicht macht man so nicht aber in solchen situation wird ganz gerne mal angelaufen das ein bisschen mit dem auge behalten ja ist die sieben liegt sogar auf 700 guck mal also 700 wird wichtig und die 6 30 hier dieser gap close einfach noch 640 630 können angelaufen werden geschafft es drüber wäre im grunde wieder der braun offen für 830 900 ich würde aber erwarten da die bewegung momentan relativ direkt kommt dass wir noch einen kleinen rücklauf drinnen haben müssen jetzt die frage wie schnell den rücklauf da momentan gut drückt wäre fast von auszugehen dass wir vielleicht die 700 früh erreichen und von dort dann erstmal rücklauf gehen und vielleicht sogar den freitag noch rot schließen wäre allerdings von freitag ungewöhnlich würde hier aber am besten ins bild reinpassen also ich mal jetzt mal hier über die bilder drüber oder über das was wir jetzt drin haben wenn ich jetzt von dem tief her die welle so angucke würde der gut so was stehen ja irgendwie so in dem d so was so was wird hier jetzt gut reinpassen irgendwie in dem dreh muss sogar gar nicht so hoch sein so was so was würde hier jetzt wirklich gut reinpassen wäre jetzt frage wie schnell den rücklauf wenn er den jetzt hier macht direkt schon von beginn das haben wir ja oft ist der freitag so ein bisschen schwach reinkommt bis nach unten trödelt dann könnte hier noch mal auf die 440 aber dann 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 wäre die unverhältnismäßig groß die würde dann wahrscheinlich wieder nur so hinkommen dann wird er hier auf seine 700 laufen würde wahrscheinlich von dort so crazy das klingt noch mal hier runter und von dort dann noch mal ein steig also das wäre dann letztendlich die kür für die absolute verwirrung oder beleidigungen der meisten hat wahrscheinlich gar keiner mehr bock überhaupt im dachs dieses jahr zu traden aber sowas wird reinpassen wird er natürlich jetzt das höher ziehen und er macht gleich am freitag noch die 700 hat er bessere chancen den rücklauf er abzufedern dann kommt er nämlich auch an die obere kante versteht das ja also wenn er jetzt hier die bewegung stehen ja immer im verhältnis zueinander das würde würde bulliger im ergebnis dann rauskommen ja von daher gucken wir uns mal an wie er rein kommt fakt ist 636 40 und die monate sind die nächsten die station gehen wir drüber machen wir uns weg frei bis 800 und zur oberen kante bei 900 kippen wir ab kippen wir arbeiten wir stand jetzt hier support 490 und 440 490 und 440 und das wäre das spiel ultra tief wäre von da also wenn er jetzt direkt freitag nach unten sieht und er macht auf eine 440 ist das eine reaktionsmarke nach oben aber das wird schwer da habe ich tief zu vermeiden wäre wäre natürlich war es wäre ultra untypisch freitag ganz tiefen das hat das sieht man das haben wir lange nicht mehr im dachs gesehen so was hat er vor ein paar jahren oft gemacht so ein tagesstoß auf dem freitag ultra tief zu ziehen und dann montag aufwärts gäbe und sowas wie das was wir jetzt am donnerstag gesehen haben würde ich aber zurückstellen wir belassen es mal dabei das was ich gesagt habe um 6 30 640 700 als bewegungs ziel oberhalb wenn er sich weiter positiv zeigt es wäre ein leicht tieferer start erlaubt dafür möchte ich aber eigentlich gar nicht mehr unter 55 sehen dadurch dass er jetzt ja noch am abend so hoch gekommen ist 55 irgendwie so im dreh das wäre erlaubt dann wieder hoch drehen sollte tiefer gehen haben wir auch 490 noch mal support und auf 440 zum wichtigen reaktions marken nach oben und rein vom wochenverlauf her montag dienstag mittwoch donnerstag wieder die halbe bude zurück mehr als die halbe bude ist schon fast 61% würde ich fast von ausschließen oder fast von ausgehen dass der freitag höher schließt als der donnerstag ja also auch wenn wir in tagesstatt gucken die tages kerze die zeit jetzt nach oben die gibt die gibt einen guten geschmack nach also die zeit wirklich nach oben an und ich würde fast erwarten dass wir vielleicht sogar tagesschluss auf die 700 kriegen ja macht was draus schwierig ja ich habe mir so viel erzählt da jetzt ob ich habe selber das problem ist habe selber nicht so eine richtige idee wie ihr den zum zum freitag jetzt steht vom verlauf her die marken sind klar aber wie rum worum macht es am meisten sinn abzuspielen kann es nicht sagen so von der bewegung wird es eher passen wenn er nach oben sticht und dann nach unten dreht aber das ist untypisch für freitag machen es eher andersrum die stechen erst nach unten dann nach oben und es passt passt nicht ins bild rein irgendwie auch nicht wie ich das handhaben würde jetzt zum freitag zeit verfallstag wahrscheinlich und verfallstag das immer alles bisschen anders verfalls wochen generell ja ja ist auch verfallstag kleiner verfallstags nicht so wichtig aber sieht man oft manchmal ein bisschen aus dem programm also sollte 700 an rennen und er dreht dort hart weg dann lassen unten stießen bei 55 ja weil das das wird am besten rein passt noch hoch an die 700 zurück und wenn ihr was anderes seht wenn er seht er kommt zuerst zurück dreht sich bei 55 auf dann ist es lang richtung 700 geht er auch durch 55 runter muss ein bisschen aufpassen dann geht auf die 490 kann dort nach oben zu kommen wenn das nicht gestanden kriegt geht auch noch 440 und dann wahrscheinlich da unten sogar per tagesschuss raus und geht dann montag wieder per aufwärtskipp ins rennen es ist komplex mehrere viele szenarien aber ich denke ihr kriegt das sind wir haben schöne markante punkte an denen wir uns orientieren können kann sich überall ein paar punkte rausschneiden und besser besser kann ich es jetzt nicht besser kann es euch nicht anbieten ich habe mich stets bemüht so schön okay jahresanalyse ist übrigens auch dran ich hänge die hängen die euch unten links jetzt in die ecke als anschlussvideo gleich wenn der ausblender da kommt oder hängt auch noch mal in die kommentare als link und könnt euch gerne auch noch angucken ja dann schönes wochenende wie mir noch mal samstag 10 bis 12 sonntag 10 bis 12 schuldigung sonntag 10 bis 12 und ja das ist es macht selbst schönes wochenende tschüss